Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht es los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ja, dann braucht man so ein Feintuning nicht zu machen, dann ist das alles vollkommen unnötig. Vielleicht noch eine kurze Frage. Dieses Feintuning, hat das Auswirkungen auf meinen Sinsatz? Oder hat das im Moment das Feintuning, so wie Sie es schildern, dass man nur klinischen, klinischen oder klinischen kann? Beides. Beides. Also erstmal, wenn es knapp ist, ist die erste Frage, kriegen Sie überhaupt eine Finanzierung oder nicht? Und kriegen Sie auch eine Finanzierung, wo Sie sagen, da können Sie mit leben? Zweiter Punkt ist, und das ist eine gute Frage, ist tatsächlich, dass je schlanker das aus der Bank-Sicht aussieht, in der Regel Sie auch bessere Konditionen kriegen. Ja, ist auch nur eine halbwegs generelle Aussage, ist auch nicht bei allen Banken so, aber bei den meisten geht das praktisch in dieses Scoring, ja, die bewerten Sie ja, die bewerten zum Beispiel, ob Sie ein Girokonto bei denen haben oder nicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz vielen Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schiff. Tschüss! 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 Vielen Dank.